Wir haben das nicht geschäftet, wir haben das nicht geschäftet! Oh, ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid! So zwar, das ist ein paar Tage, ein paar Tage, wir haben den Vorschlägen, der verständlich ist, der ist ja in dieser Europäologie, aber unser Besitzer gehört, ist jetzt ein paar Tage, in die Haufe. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für einen herzlichen Vorbereitung. Ich habe hier herzlich auch die guten Antworten gesetzt. Ich kann nur Danke sagen. Danke für die unglaublich schöne Zeit. Und vielen Dank für eure Wahnsinnsunterstützung. Vielen Dank. Das ist ganz toll, ich mag es mal richtig. Ich glaube, dass fast jeder gewohnt wird, dass man die Eltern zu hohen Grad auf die Rehabilitation abgenommen hat, sowohl mit dem Verein als auch mit der Stadt Bremen. Es ist richtig, du bist jetzt in Bremen. Ja, so kann man doch sagen. Ich bin so lange hier, mit so verurzelt, so festgewachsen hier im Weltraum. Unglaublich viele Menschen, tolle Menschen kennengelernt. Und ja, hier für diesen Verein spielen zu dürfen, das war schon eine wahnsinnige Ehre. Äpfel den 2.6 Vorschläge über das letzte Saison. Ja. 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 Ich habe das jetzt ein bisschen vorgehalten, dann ein bisschen entspannen mit meinem Familien. Und dann freue ich mich auf neue Aufgaben bei Werder Bremen. So, jetzt geht's los hier. So richtig. Nehmt die Ehre vor. Achso, ganz wichtig, ganz wichtig. Wir haben natürlich Wegbegleiter gefragt und gebeten, ihre Grüße zu senden an unsere scheidenden Kapitänen. Guten Tag, mein lieber Clemens. Wie war es für Sie? Hallo Clemens, mein reicher Kumpel. Mein lieber Clefri. Lieber Clemens. Willst du da? Ja, Clemens. Servus Clemens. Das heißt, Mahlzeit. Ich hätte ihn also auf dich erwischt. Ein großer Fussballer auf der Listebühne, ein noch größer Mensch bleiben. Gehmensch, ja, dass du schon aufhörst. Ich hab dich extra noch mal für die Schicke gemacht. Wir sind seit über 20 Jahren vorhin. Ich hab auch einiges von dir gelernt. Das meiste ist sicherlich neben ihm Platz und auf dem Platz, was für mich eine große Hilfe. Darf ich das mal machen? Du schnitt dich an Fussballer-Maß, hast du recht eine geile Karriere gemacht? Direkt steht noch. Ich glaube nicht, dass es gerne mal das Top-Niveau bringen kann, aber gut abfurterer Leistung nicht immer ein bisschen so mit deinem Fussstoff in sich täte. Und bleib irgendwo was im Verein, dass wir gerne was zusammen machen. Nicht wie uns schalten. Ich denke, du hast eine großartige Karriere hinter dir. Ich bin froh, an deiner Seite gespielt zu haben, Tickers Kaffee geht gehabt zu haben und Tickers bald gewonnen zu haben. Du hast jetzt zwei, drei Jahre Zeit, um an deinen Golf schlagen müssen zu nehmen. Ich schätze dich, weil du dein Klasse tief bist, weil du Jünger mit beiden Füßen verbunden bist. Unser größtes Grund, unsere Freundschaft wird uns immer verbinden. Leider hast du nur einmal gegen mich getroffen, aber ich glaube, das hältst du mir noch Jahre lang vor. Ich bin hier schon 30, ich bin in der Richtung Petersbank, mit dem Zettel. 3... Fick! Preisen e路, die Hälfte sind bis jetzt 37, 38, 39 oder 40. Wir haben zu Darmstadt, falls du immer noch Lust hast, da ist kein Selbstrecht. Damit ich stolz um die Zeit für gemeinsame Grunker mit Deadpool where the brave Estudios mit aufgegriffen und du bist dann übrigens so fröger! Ein Campos sei erfolgreich, ist richtig. Lass dich feiern und jetzt kann ich dir sagen, Werder wird dich vermissen. Ich glaube, ich spreche den Granden-Liebe an, wenn ich sage, wir werden dich halt vermissen. Herzlichen Glückwunsch zu deiner einmaligen Karriere. Heil dir mal gut, war schon eine Zeit und tschüss. Ich wünsche dir als guter Kurs. Ciao. Ich würde mich zeigen, dass gerade dieser, der für mich einer der größten Werderaner aller Zeiten ist, ich darf das mal so sagen, hier eher ein Spielführer wird. Und ich finde, das Präsidium, die Geschäftsführung hat genau das Richtige entschieden. Wenn es einer verdient hat, dann ist das Clemens Ritz über zehn Jahre im Verein, sein letztes Spiel hier gemacht für unseren SV Werder Bremen und natürlich auch Kapitän. Ein Werderaner durch und durch, der einen riesen Beifall verdient. Und es ist so klar, dass wir das im Spielwerk mit Wettbewerb gewinnen. Lieber Schicks. Und in diesem Moment, alle drei Damen und Herren, Peter Rasmussen, Mikko Sturms und Peter Hennig, Peter Rasmussen, Marco Bolle, Peter Ritz und Frank Rohmann, unser achter Endspielführer, Jim Ritz. Und wir brauchen jetzt auch noch drei Damen. Achtmal, danke Damen. Der Spieler wird noch gewartet bei Wettbewerb. Das ist die Spielwerke! Ku wenn wir, ihr kamen mit meinen Unternehmen an. Ku wenn wir, wir! Guten Sonnen Dir은 Kremlitz